So, jetzt gibt es eine kleine Pause, die wird schon umgebaut, wir machen mal ein bisschen Platz, wir werden von der Bühne geschubst, wir haben jetzt so 20 Minuten, eher 15, habe ich gehört, weil wir ein ganz kleines bisschen hinterher sind mit dem Zeitplan, eher 15. Also wenn Sie kurz frische Luft schnappen wollen, auf Toilette wollen, dann wäre jetzt der Moment. Hier gibt es aber coole Musik, das heißt, wer hierbleiben und einfach ein bisschen entspannen möchte, kann sich die auch gönnen, allerdings kleine Warnung, vor allem vielleicht für ältere Menschen oder auch jüngere Menschen, ich habe auch gesehen, dass hier Kinder sind, es wird jetzt relativ laut, einfach nur als Vorwarnung, wer plauschen will, vielleicht lieber im Vorraum und Kindern Ohrenschützer vielleicht aufsetzen oder rausgehen, wenn es einfach zu laut wird für euch. Das, was hier passiert, nennt sich Chip-Tune, es wird mit Gameboys gemacht und Nanoloops werden verwendet, da reden wir gleich nochmal genauer drüber mit Bobo Picker. Viel Spaß mit Bobo. Applaus Wie geht's? 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Soll ich das Mikro halten? Ich brauche. Ich kann nicht. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.